Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist schon wieder der Erste, heute ist der 1. April. Ich kann es fast nicht glauben, ein Viertel dieses Jahres ist bereits Vergangenheit. Ist das zu fassen? Ich begreife das nicht, nein, ich begreife es nicht, aber wenn ich in meine Kreativecke hier schaue, dann sehe ich, dass da drei kleine Zins schon herumliegen, stehen, beziehungsweise hübsch einsortiert sind natürlich. Sie stehen und liegen nicht einfach nur so herum, aber es ist schon der nächste Monat, wir sind schon im April und wir haben wieder super coole Themen hier auf der Promptliste. Wer die noch nicht hat, kann sie sich herunterladen in meiner Facebook-Gruppe oder in meinem Coffee-Shop. Alles ist unten in der Infobox für euch verlinkt. Die Themen im April passen super zum Monat, also zumindest teilweise. Also was super zum Monat passt, ist mit Sicherheit das Hauptthema Blumen und Pflanzen, denn der April ist ja wohl, denke ich, der Monat, in dem der Frühling so richtig zuschlägt und durchgreift und alles wieder grün und bunt wird und die Temperaturen steigen und man wieder barfuß über die Wiese laufen kann. Also zumindest ich, ich tue das ab und zu mal. Ja, dann haben wir noch verschiedene andere Begriffe drin, das seht ihr ja alles auf der schönen Promptliste. Und ich bin super gespannt, was ihr aus diesen Prompts in diesem Monat gestalten werdet. Im März war ich total geflasht. Es waren so dermaßen viele Videos auf YouTube, Posts auf Instagram und auf Facebook mit unfassbar kreativen Zines. Ich habe es fast nicht begreifen können. Also was für eine Kreativität in euch da allen da draußen drin steckt, ist unglaublich. Also da ist ein kreatives Potenzial, das übersteigt meine Kapazität. Also ich kann es gar nicht fassen. Es ist einfach viel zu viel. Es ist super, was ihr macht. Es ist fantastisch. Und ich danke euch total und vielmals ganz von Herzen. Wie geht das mit diesem Herzchen hier? So, ja, so irgendwie geht das. Ich danke euch von Herzen, dass ihr bei meiner Aktion mitmacht. Es ist einfach nur schön. Ja, und ich habe natürlich für den April wieder ein Freebie für euch gestaltet. Ich lasse das hier kurz durchschweben. Hier seht ihr es gerade kurz einmal so vorbeischweben. Das könnt ihr auch wieder in der Facebook-Gruppe oder im Coffee-Shop runterladen. Kostet euch keinen Cent. Falls ihr eine kleine Spende da lassen wollt, freue ich mich natürlich total. Das ist einfach eine kleine Anerkennung für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Ich habe versucht, wieder einige Themen aus der Prompt-Liste im Freebie zu verarbeiten, sodass ihr da schon eine kleine Grundlage habt. Aber ihr seid völlig frei. Ihr müsst das überhaupt nicht verwenden. Ihr könnt es auch komplett weglassen und ganz was Eigenes gestalten. Und ihr müsst auch das Zene-Format, das ich gewählt habe, also eine gefaltete DIN A4-Seite, dieses Format müsst ihr auch überhaupt nicht machen. Ihr könnt euer Zene so gestalten, wie ihr das wollt. Das Allerwichtigste ist, du da draußen, du da, du da, du sollst Spaß haben. Du sollst den totalen Spaß haben beim Gestalten. Und wenn das der Fall ist, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, also die Prompt-Liste ist kein, die ist nur, wie soll ich sagen, die ist nur so ein Räuberleiter, um kreativ zu werden. So ein kleiner Schubser, so ein Anstoß überhaupt ans Werkeln zu kommen. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt ist Schluss. Jetzt fangen wir an. April, ladet euch das Freebie runter und fangt an. Ich bin gespannt. Also, bis bald. Bleibt gesund, bleibt kreativ und dankert euch was Schönes. Tschüss.